Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie an diesem spätsommerlichen Mittag sehr herzlich zu unserem Webinar begrüßen. Das Thema urübliche Irrtümer in der Nachfolgeplanung ist etwas, was man über zwei bis drei Tage besprechen könnte. Von daher haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst, aber wir werden auch einzelne Bereiche in den folgenden Webinaren immer mal wieder beleuchten, um Ihnen Denkanstöße für die eigene Planung zu geben. Wenn ich sterbe, dann erbt mein Partner schon alles. Das ist einer der Irrtümer, mit denen wir häufig konfrontiert sind. Das liegt meistens auch darin begründet, dass die Ehepartner häufig gar nicht genau wissen, was bedeutet eigentlich diese Zugewinngemeinschaft für den Todesfall, was bedeutet das auch für Vermögensverschiebung während der Ehe und das Thema wollen wir heute entsprechend mal beleuchten, weil Sie sehen schon hier, leider ist diese Annahme nämlich in vielen Fällen nicht korrekt. Die Agenda wird so aussehen, dass wir in den rund 30 Minuten, bei denen wir natürlich auch wieder die Fragen am Ende behandeln und Ihnen im Nachgang die Online-Konserve zur Verfügung stellen, diese Themen behandeln werden. Zunächst, wer erbt denn eigentlich was und was bedeutet diese ominöse Zugewinngemeinschaft immer wieder, von der man häufiger liest und hört. Dann ein Klassiker, was die Irrtümer angeht in der Nachfolgeplanung. Das Thema Steuern. Entweder stellen wir fest, der Steuerfokus ist so groß, dass er sinnvolle Entscheidungen überlagert oder die Steuern werden nicht stark genug berücksichtigt. Das sind also die beiden Pole, in denen man sich in vielen Fällen bewegt. Da haben wir Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht und natürlich auch das klassische Thema, wie können Sie vorbeugen, was sollten Sie heute tun. Das wollen wir Ihnen zum Abschluss des Webinars auch mitgeben und auch hier nochmal eine gewisse Methodik aufzuzeigen, die Sie anwenden können. Und abschließend, nachdem wir die Aufzeichnung beenden, ist der Raum für Ihre Fragen, wie natürlich auch immer, im individuellen Kontext separat im Nachgang behandelt werden können. Wir schenken zunächst ein mit der gesetzlichen Erbfolge. Wer erbt denn eigentlich was? Auch dieses Thema ist im Gesetz geregelt. Wir haben es Ihnen hier in dem Schaubild mal mitgebracht. Und grundsätzlich ist es eben so, dass wir Erben verschiedener Ordnungen haben. Wir sehen das hier. Erben erster Ordnung sind eben dann die Kinder, wenn die Kinder verstorben sind, dann die Enkelkinder und so weiter. Dann haben wir Erben zweiter Ordner, Erben dritter Ordnung. Und von daher ist es immer so, dass Erben einer höheren Ordnung schließen die nachfolgende Ordnung aus. Insgesamt den Spruch gibt es im Erbrecht, das Gut rinnt wie das Blut, also von oben nach unten. Und wenn sie verheiratet sind, kommt eben noch der Ehepartner hinzu, was man auch gerne als erbrechtes Ehegatten bezeichnet. Also so die grundsätzliche Regelung. Das heißt, wenn keine letztwilligen Verfügungen getroffen sind, wie beispielsweise ein Testament oder ein Erbvertrag, dann gilt eben das, was im Gesetz steht. Und ob das, was im Gesetz definiert ist, immer das ist, was man möchte. Und auch das, was wirtschaftlich und von der operativen Verwaltung von Vermögen sinnvoll ist, das werden wir gleich feststellen, dass das nicht immer gegeben ist. Wir haben Ihnen das hier nochmal mitgebracht, dass ein Schaubild aus unserer Beratungspraxis, das heißt, wir haben uns hier angeschaut, okay, wir haben den Hans, der ist verheiratet mit der Hannah. Die haben ein gemeinsames Kind, eben den Herbert. Also ein sogenanntes Genogramm. Das kann in vielen Fällen sehr simpel sein. Die klassische Familie verheiratet zwei Kinder und ein Hund. Der Hund, der taucht hier natürlich nicht mit auf. Und dann natürlich im nächsten Schritt ableitend aus diesem Genogramm eben auch die Erbanalyse. Sie sehen schon hier in Abhängigkeit des Güterstandes, wie hier die Zugünsgemeinschaft, haben wir die gesetzliche Erbfolge. Und da sehen wir eben hier, sollte der Hans, wir als Männer, wir sind ja Gentlemen, wir versterben immer zuerst, sehen wir eben, dann würde die Hannah, würde eben die Hälfte erben und der Sohn die andere Hälfte. Also hier würde schon eine Ehegemeinschaft entstehen. Und da sehen Sie schon, hier ist es bei der Datenaufnahme, bei der Bestandswürdigung wichtig zu schauen, wen gibt es da, weil in der Praxis haben wir auch häufig zum Beispiel Patchwork-Familien oder die Situation, dass Menschen verheiratet waren, sind geschieden. Teilweise wurden vielleicht auch schon Testamente oder Erbverträge mit Bindungswirkung erstellt, die nach vorne hin die nun gewünschte Zukunftsplanung gar nicht mehr so einfach realisierbar machen. Von daher vom Gesetz zur individuellen Situation, das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Zugünsgemeinschaft, wie eben angesprochen, nicht nur im Fall des Todes relevant, sondern hier stellen wir auch häufig fest, dass bei Vermögensverschiebungen während der Ehe das nicht beachtet wird. Man unterstellt einfach, naja, wir als Eheleuten, uns gehört ja alles gemeinsam. Und wenn ich jetzt als Frau meinem Mann mal 500.000 Euro überweise oder wir machen aus einem einzelnen Wertpapierdepot ein Gemeinschaftsdepot, dann ist das doch alles kein Problem. Das stimmt natürlich nur sehr bedingt, weil wir sehen das schon hier sehr klar. Grundsätzlich diese Zugünsgemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand. Das heißt, wenn Sie keinen Ehevertrag haben, dann gilt dieser automatisch. Und das bedeutet eben ganz konkret, dass geschaut wird zu Beginn der Ehe, wie ist das Anfangsvermögen eines jeden Ehepartners, einer jeden Partei, das er in die Ehe mit einbringt. Und zu diesem Anfangsvermögen werden hinzuaddiert Erbschaften und Schenkungen. Also die kommen on top zu diesem Anfangsvermögen hinzu. Und dann ist es eben immer so, wenn die Ehe endet, sei es durch Tod, durch Scheidung oder gemäß Vertrag, was man häufig im Rahmen der Vermögensübertragung nutzt oder in dem Vermögensausgleich im Wege einer sogenannten Güterstandsschaukel, dann ist dieser Zugewinn erst relevant. Das heißt, wir haben das Anfangsvermögen bei Beginn der Ehe, dazu kommen die Erbschaften und Schenkungen pro Partei. Und bei Beendigung der Ehe, das Endvermögen, dann wird hier quasi betrachtet, wer hat welchen Wertzuwachs erzielt. Und wenn einer mehr erzielt hat als der andere, ist eben die Differenz auszugleichen. Und da sehen Sie ja auch schon einen speziellen Punkt, den wir häufig sehen, dass zum Beispiel Immobilien oder sonstige Vermögen, die durch Erbschaften oder Schenkungen hinzukommen, die werden zwar zum Anfangsvermögen addiert, sind also für diesen Zugewinn-Ausgleichsanspruch nicht relevant, aber die Wertsteigerungen darauf sind durchaus relevant. Also simples Beispiel, die Ehefrau, der Ehemann hat während der Ehe ein Mehrfamilienhaus geschenkt bekommen, damaliger steuerlicher Wert, eine Million Euro. 15 Jahre später ist dieses Mehrfamilienhaus zwei Millionen Euro wert. Die eine Million Euro, indexiert betrachtet, die fallen nicht in die Zugewinn-Ausgleichsberechnung, aber die Wertsteigerung in Höhe von einer Million, die fällt sehr wohl in diese Zugewinn-Ausgleichsberechnung. Wenn man das nicht möchte, dann gilt es eben, diesen gesetzlichen Güterstand zu modifizieren und das ist dann, was die Experten als modifizierte Zugewinn-Gemeinschaft beschreiben. Also wir halten bitte an dieser Stelle fest, Zugewinn-Ausgleich bedeutet Gütertrennung. Jede Partei hat ihr eigenes Vermögen, hat ihren eigenen Vermögenszuwachs, aber mit einem Ausgleich des Zugewinns bei Beendigung der Ehe durch Tod, Scheidung oder Vertrag. Zugewinn-Gemeinschaft bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass solange die Ehe besteht, ist der Zugewinn-Ausgleich ja nicht erfolgt und da gibt es auch keinen Anspruch drauf, ähnlich wie es ja auch keinen Anspruch darauf gibt, einen gewissen Betrag, ein gewisses Vermögen zu vererben, weil auch die Seniorengeneration kann das Geld ja, wie man so schön sagt, verkonsumieren oder auch verjubeln. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Zugewinn-Gemeinschaft als Basis ist auch sehr gut im Gesetz definiert, gibt auch eine Broschüre vom Bundesministerium, wo man das sehr gut nachlesen kann. Wir werden diese auch im Nachgang mit der E-Mail zu dem Webinar nochmal zur Verfügung stellen. Da sind diese Güterstände sehr gut erklärt, da sind auch einige typische Fragen und Beispiele nochmal sehr exemplarisch dargestellt. Von daher Zugewinn-Gemeinschaft, wenn Sie verheiratet sind oder wenn Sie planen zu heiraten, dann muss man sagen, schauen Sie sich dieses Thema Zugewinn-Gemeinschaft mal sehr gut an, dann ersparen Sie sich ein mögliches steuerlich betrachtetes Fehlverhalten während der Ehe und Sie merken vielleicht auch, wo Gestaltungspotenzial hier liegt und was vielleicht auch ehevertraglich zu regeln ist, auch wenn Sie glauben, dass Sie eigentlich keinen Ehevertrag brauchen. Auch das stellen wir in vielen Fällen fest. Für deutlich mehr Haushalte macht ein Ehevertrag Sinn, als die Personen es selbst annehmen und der Grund liegt immer daran, dass das Thema Zugewinn-Gemeinschaft nicht 100% realistisch einbezogen wurde. Kommen wir zum Klassiker. Ja, wenn ich sterbe, dann erbt mein Partner schon alles. Da haben wir ja festgestellt, das ist nicht so. Das ergibt sich auch aus dem eben gezeigten Übersicht zum Erbrecht. Und hier haben wir das auch nochmal dargestellt. Der Ehegatte hat zwar ein gesondertes Erbrecht, aber der tritt eben neben die gesetzlichen Erben. Und da sehen wir das nochmal in diesem Beispiel sehr schön dargestellt anhand dieser klassischen Klischee-Familie, wie sie ja doch auch immer weniger der Fall ist, wenn man sich die Statistik anschaut. Wir haben den Erblasser, das ist der Mann, wir haben die Ehefrau. Und Sie sehen schon, die Kinder teilen sich das Vermögen die Hälfte zu gleichen Teilen. Jedes Kind bekommt ein Viertel. Und da sehen wir ja auch schon diesen sehr wichtigen Punkt. Das Erbe bezieht sich immer auf einen Prozentsatz am Kuchen. Das heißt nicht, dass man sagt, naja, die Frau bekommt das Haus und die Kinder bekommen die Firma, sondern wenn nichts geregelt ist, dann gibt es Prozentsätze vom Kuchen. Also Erbe ist immer Prozentsatz vom Kuchen. Vermächtnisse beziehen sich auf konkrete Gegenstände, respektive konkrete Vermögenswerte. Von daher auch die Begrifflichkeiten, die werden oft unterschiedlich verwendet. Man glaubt, sie meinen das gleiche, aber juristisch gesehen ist es ein deutlicher Unterschied, ob wir von einem Erben sprechen oder von einem sogenannten Vermächtnisnehmer. Deswegen auch in der Formulierung von Testamenten stellt man häufig fest, dass diese Begriffe von juristischen Laien nicht klar verwendet werden. Das führt dann zu einer sogenannten Auslegung des Testamentes, was natürlich immer das Risiko birgt, dass nach dem Tod das Ganze so ausgelegt wird, wie es der Erblasser vielleicht nicht geplant hat. Von daher muss man auch an dieser Stelle sagen, man kann natürlich immer im Internet eine Testamentvorlage runterladen, aber aus unserer Erfahrung häufig ist dann der Austausch mit einem Fachanwalt für Erbrecht, mit einem auch fachlich in diesem Bereich tätigen Notar dann die richtige Option. Hier nochmal kurz die Erbquoten bei Gütertrennung mitgebracht. Auch da sieht man schon, Sie sehen jetzt hier diese Drittelteilung, also ein Unterschied zu eben. Also man sieht auch mit der Wahl des Güterständes ergeben sich unterschiedliche Erbquoten. Insgesamt sehen wir die Gütertrennung relativ selten. Häufig aber noch bei Familien, die unternehmerischen Bezug haben aus dem Anfang der 2000er Jahre, weil es da irgendwie mal diese ominöse Meinung gab, dass Gütertrennung irgendwie vor Haftungsansprüchen schützt. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, in Deutschland, wir haben keine Sippenhaft. Von daher die Gütertrennung in vielen Fällen steuerlich sehr, sehr nachteilig. Besser ist typischerweise immer die sogenannte modifizierte Zugewinnengemeinschaft, wo man sich eben sehr dezidiert bewegen kann zwischen der Zugewinngemeinschaft mit den steuerlichen Vorteilen, steuerfreier Zugewinneausgleich konkret, und auf der anderen Seite eben der Gütertrennung, lässt eben diese Modifizierung einen sehr guten Spielraum zwischen diesen beiden extremen Polen. Das Thema Steuern auch nochmal in der Berücksichtigung, weil wie gesagt, entweder sehen wir eine Fokussierung auf Steuern, also nach dem Motto, meine Kinder rutschen in die Steuerpflicht hinein, deswegen muss ich heute schon meine Immobilien verschenken gegen Niesbrauch. Ich muss heute schon meine Vermögenswerte in eine Gesellschaft einbringen und dann diese gegen Niesbrauch verschenken. Also sehr, sehr steuerlich motiviert, ohne dass die Lebensplanung und die wirtschaftlichen Konsequenzen wirklich sorgfältig abgebildet werden. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, Steuern werden gar nicht berücksichtigt, weil es auch hier verschiedene Irrtümer gibt. Insbesondere die Werte von Immobilien werden häufig anders eingeschätzt, als es das Finanzamt vielleicht tun würde. Und dementsprechend ergeben sich natürlich auch hier gegebenenfalls steuerliche Konsequenzen, die im Falle des Falles zu einem Abfluss von Vermögen an natürlich die Erben führen, aber auch an das Finanzamt. Deswegen die isolierte Betrachtung, die ist schon komplex, weil Sie haben eben gesehen, aus diesem Beispiel bin ich in der Zugehundgemeinschaft, habe ich einen Ehevertrag. Wie war ein Anfangsvermögen? Wie war ein Endvermögen? Da sehen Sie schon hier, ergeben sich verschiedene Konsequenzen. Wir sehen in diesem Beispiel hier, ja der Hans und die Hanna, die sind beide ohne Vermögen in die Ehe gekommen. Das Anfangsvermögen bei beiden null. Das Endvermögen beim Tod vom Hans ist zwei Millionen entsprechend. Also haben wir natürlich hier auch den Zugewinn beim Erblasser, zwei Millionen. Heißt natürlich, der Ehepartner hat eine Zugewinnausgleichsforderung von einer Million Euro. Und dann sehen Sie, wie das hier durchdekliniert wird. Was bedeutet das eigentlich für die Erbschaft des Ehegatten? Und dann sehen wir eben auch schon diesen wichtigen Punkt, der oft unterschätzt wird bei der Berücksichtigung der steuerlichen Definition. Wir haben ja eben diesen pauschalen Zugewinnausgleich, der gezogen werden kann. Man nennt das güterrechtliche Lösung und der ist eben erbschaftsteuerfrei. Hat aber gegebenenfalls wieder einkommensteuerliche Konsequenzen, weil diese Steuerfreiheit im erbschaftsteuerlichen Bereich gesehen wird als Entgelt für die Ehe. Und das ist dann wiederum einkommensteuerlich relevant und kann bei steuerlich verstrickten Vermögenswerten auch wieder negative Konsequenzen haben. Also Sie sehen schon hier, das ist nicht ganz so trivial und das ist ja jetzt wirklich nur bezogen auf die konkrete Situation. Was hier natürlich insgesamt noch fehlt, ist, dass sich bei einem Todesfall ändern sich zum Beispiel Renten. Also aus einer originären Altersrente wird eine Witwerrente, die ist typischerweise deutlich niedriger, meistens nur 60%. Also wir sehen eine Veränderung auf der Liquiditätsebene, weil der Zufluss an Renten sich reduziert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich das bisher gemeinsam durch die beiden Ehepartner genutzte Vermögen auch noch einmal verändert, weil wir haben eben auch einen Abfluss von Vermögen an Erben oder an Vermächtnisnehmer und oder an das Finanzamt. Das heißt, die Vermögensstruktur des überlebenden Ehepartners, die wird natürlich illiquider, also weniger verfügbar. Aber teilweise sehen wir Fälle, dass das Liquidevermögen an Barvermögen und Wertpapieren fließt quasi komplett an Erben und Finanzamt ab. Der überlebende Ehepartner hat dann nur noch Immobilien, also eigengenutzte Immobilien, vielleicht vermietete Immobilien. Aber der Cashflow aus den vermieteten Immobilien, der reicht bei weitem nicht aus, um den gewünschten Lebensstandard zu finanzieren, weil eigentlich war für die Aufstockung des Lebensstandards, für den gewünschten Lebensstil, ist eben erforderlich, Entnahmen aus dem Wertpapiervermögen zu tätigen. Und dann sehen Sie schon, dann passt letztendlich die Höhe des Vermögens nicht mehr ganz zu den Ansprüchen, aber auch die Teilbarkeit des Vermögens passt nicht mehr, weil Sie können eben nicht von Ihrem Mehrfamilienhaus ein paar Ziegel verkaufen, um die Inflation an der Supermarktkasse oder im Robinson Club zu kompensieren. Also Sie merken schon hier, die isolierte Betrachtung, die ist schon komplex. Die Experten schauen dann nach güterrechtlicher Lösung, nach erbrechtlicher Lösung. Wann macht es Sinn, dass der Ehepartner das Erbe ausschlägt und stattdessen den Pflicht teilnimmt plus den echten Zugewinnausgleich? Also sehr vielfältig, das können wir Ihnen auch nicht vermitteln. Wir wollten nur mal darstellen, wie komplex es ist und dass es natürlich Sinn macht, diese Komplexität heute bereits abzubilden, zu schauen, sind die Konsequenzen für Vermögen und für Liquidität so gewünscht oder sind sie anders? Und wenn sie anders sind, natürlich zu überlegen, welche Varianten habe ich jetzt, um die gewünschten Charakteristika für den überlebenden Ehepartner, für die Kinder und den gesamten Familienkontext auch entsprechend darzustellen. Und dann merken Sie auch schon, es ist kein Thema nur für den Rechtsanwalt, der die besten Klauseln im Testament formuliert. Es ist kein Thema nur für den Steuerberater, der sagt, wir haben hier gegebenenfalls eine einkommensteuerliche Verstrickung bei den Immobilien, sondern es ist das Zusammenspiel von finanzieller Planung durch den Finanzplaner, den Steuerberater und den Rechtsanwalt. Es ist immer ein Tandem, was hier zusammenarbeiten muss, um eben die Präferenzen des jeweiligen Menschens korrekt abzubilden und eben nicht dieses Silo denken, wie es leider in vielen Fällen heute noch gelebt wird. Wie können Sie also vorbeugen? Klar, Estate Planning, Nachfolgeplanung, nichts anderes als Finanzplanung zu Ende gedacht, aber der Fokus liegt eben auch auf der Vermögensübertragung zwischen den Generationen und auch das hier etwas, was man von sehr vermögenden Familien, die es geschafft haben, Vermögenunternehmen über Jahrzehnte, über Generationen zu erhalten. Dieses Denken nicht nur auf personaler Ebene, sondern eben auch im übergeordneten Familienkontext. Da lassen sich oft viele Vorteile generieren. Grundsätzlich natürlich auch, habe ich Bezug zum Ausland, internationale Mobilität in der heutigen Zeit wird immer wichtiger. Das wird jetzt aber den Rahmen sprengen, aber das erhöht natürlich auch nochmal zusätzlich die Komplexität. Insgesamt gilt natürlich, Gestaltungsmöglichkeiten der vorweggenommenen Erbfolge nutzen. Da haben wir auch gleich nochmal Beispiele dabei. Die gewillkürte Erbfolge am Ende des Tages drückt sich immer aus in einem Testament oder in einem Erbvertrag. Und auch Testamente können wechselseitig sein oder einseitig. Also auch hier gibt es nochmal die Differenzierung. Von daher, es ist nicht so trivial, wie es immer klingt. Deswegen die Werbung muss hier sein, sich auch mal mit Experten auseinanderzusetzen, eben auch dem juristischen Berater, aber das nicht eben nur isoliert, sondern vorher zu überlegen, was will ich eigentlich. Häufig wird das vom Ende gedacht. Das heißt, man sagt, es gibt verschiedene Varianten. Stiftungen sind momentan ein sehr großes Thema. Einfach, weil teilweise keine Erben da sind oder weil man auch der Gesellschaft als solches etwas hinterlassen möchte. Also das Thema gemeinnützige Stiftungen spielen eine Rolle. Kunst und Kultur, auch ab gewissen Vermögensgrößen ein großes Thema. Welche Steuerbefreiung habe ich denn? Stichwort Familienheim. Kann ich den Güterstand wechseln, um eine ungleiche Vermögensverteilung zwischen Eheleuten auszugleichen? Das heißt, man beendet quasi die Ehe, wenn Sie so möchten, steuerlich gesehen, was den Güterstand betrifft. Per Vertrag schaukelt dann später wieder zurück. Also ein guter Weg, um auch hier Erbschaft, Schenkung, Steuertechnik, Vermögen steuerfrei auf den anderen Ehepartner zu übertragen, damit dann dieser Ehepartner auch die Freibeträge nutzen kann für die Kinder. Weil auch das ist klar, die Freibeträge von Kindern sind bei 400.000 Euro, aber pro Erbe oder Schenker. Und wenn nun ein Elternteil das komplette Vermögen hat und der andere Elternteil hat nichts, dann muss er erst mal Geld auf den anderen Ehepartner rüber, um dann auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, dessen Freibeträge zu nutzen. Deswegen finden Sie häufig das Thema Güterstandsschaukel als vorgelagertes Element, um eben diese Vermögensübertragung im übergeordneten Generationenkontext darstellen zu können. Dann haben wir Schenkungen mit diversen Rückfallklauseln. Die sind natürlich auch sehr wichtig, dass die berücksichtigt werden. Wir haben jetzt mal Beispiele hier aufgeführt. Das Thema Schenkungen mit Niesbrauchsvorbehalt, auch ein Thema, was die meisten von Ihnen wahrscheinlich aus Immobilien kennen. Typischerweise der sogenannte Vorbehaltsniesbrauch. Das heißt, ich schenke den Vermögenswert, zum Beispiel die Immobilie, aber ich behalte mir die Erträge, in diesem Beispiel die Mieten, vor. Das ist der Klassiker. Gleiches kann man auch bei Wertpapierdepots nutzen. Und in Abgrenzung zu diesem Vorbehaltsniesbrauch gibt es auch den Zuwendungsniesbrauch, wo ich eben die Erträge zuwende für eine gewisse Zeit, aber den Vermögenswert behalte. Dann das Thema Familienpool oder Stichwort Familiengesellschaft. Das ist typischerweise das Instrument, entweder ausgestaltet als Personengesellschaft oder als Kapitalgesellschaft, um im Wege der Vermögensübergabe, der Heranführung der nachfolgenden Generationen, der Heranführung vielleicht auch des wirtschaftlich bisher weniger interessierten Ehepartners, das durchzuführen und um hier eine Gestaltung umzusetzen, wie man es möchte, als abgebende Person. Hier werden häufig die Instrumente aus dem Gesellschaftsrecht genutzt, um die eigenen Ziele umzusetzen. Deswegen Familiengesellschaften sind ein Thema, was an Bedeutung gewonnen hat und was, glauben wir, auch in der Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnt. Einfach, weil natürlich die Vermögenswerte erfreulicherweise in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich gestiegen sind und dass für viele Familien das Thema Vermögensübertragung zu Lebzeiten eine deutlich größere Rolle spielt, als das vielleicht vor 30, 40 oder 50 Jahren der Fall war. Wir haben hier mal methodisch einen Überblick darüber geschaffen, welche Themen betrachtet werden können. Und zunächst muss man sich überlegen, naja, um was geht es eigentlich? Liegt die Priorität bei mir oder liegt die Priorität bei anderen? Und es wird natürlich nie ein 100 zu 0 sein, sondern meistens eine Gewichtung. Also, wenn ich in der Priorität ganz oben stehe, vielleicht der Vermögensverzehr für den eigenen Liquiditätsbedarf, dann stellt das natürlich schon mal ganz andere Ansprüche an eine Situation, wenn ich sage, naja, mein Fokus ist eigentlich die Vermögensübertragung und die soll auch ohne Auflage sein, dann schenke ich einfach fertig aus mit den entsprechenden Rückfallklauseln und Ähnliches oder möchte ich eigentlich mit Auflage übertragen, weil ich mir zum Beispiel ein Anrecht auf die Erträge sichern möchte, weil ich weiterhin ein Mitspracherecht haben möchte, solange ich lebe, vielleicht auch ein Vetorecht oder ein Mitspracherecht zugunsten des überlebenden Ehepartners nach meinem Tod, will ich die Junioren heranführen, welche Stimmen und Vermögensrechte sollen die haben? Und wenn ich das mal definiert habe von den Charakteristika, ja, dann ist die Frage, nehme ich eine Wertpapierlösung mit Niesbrauch, ohne Niesbrauch, nehme ich eine Versicherungslösung, sogenannte gesplittete Versicherungsnehmereigenschaft, gehe ich über eine Gesellschaft und dann die Frage, wie legt die Gesellschaft das Geld an? Ist es nur Cash und Wertpapiere und Edelmetalle? Dann ist es vielleicht interessant zu sagen, ich bin in einer Personengesellschaft, steuerlich gesehen ist es vielleicht so, dass ich die Privilegien für Aktien und Investmentfonds im Bereich Aktienfonds stark nutzen möchte, dann könnte eine GmbH Sinn machen, wenn ich sehr, sehr lange thesauriere. Das ist eben hier im Punkt Stiftung, eben schon aufgeführt, Familienstiftung im engeren Sinne als treues Familienmitglied. Und ja, habe ich vielleicht auch eine Immobilie, die ich natürlich auch gezielt nutzen kann? Und auch die Frage, verschenke ich mit Niesbrauch oder verkaufe ich, um neues Abschreibungspotenzial, um vielleicht auch neues Kreditvolumen bei der vermieteten Immobilie zu nutzen? Weil bei der Immobilie haben wir einen Vermögenswert, der für jede Person eine andere Nachsteuerrendite erzielt. Das heißt, eine Immobilie, die bei der Seniorengeneration abgeschrieben ist, hat auch keinen Kredit mehr. Dort laufen ja die Mieten abzüglich kleiner Abschreibung ja voll ins zu versteuernde Einkommen. Wohingegen, wenn ich diese Immobilie an meine Kinder verkaufe oder an ein Kind verkaufe oder an den Ehepartner verkaufe, dann gibt es hier die Möglichkeit, neues Abschreibungsvolumen zu generieren. Ich kann vielleicht auch auf Ebene des Kindes ein neues Darlehen aufnehmen. Das produziert wieder entsprechende Werbungskosten und schon verändert sich die Rentabilität der Immobilie. Das heißt, die Immobilie durch die Fremdfinanzierung, durch die steuerliche Einordnung ist wirklich ein Vermögenswert, der eine unterschiedliche Liquidität, eine unterschiedliche Rentabilitätsbetrachtung hat, je nachdem, wer diese Immobilie besitzt und wie er sie erworben und auch finanziert hat. Also hier gilt es, die betriebswirtschaftlichen Erwägungen anzustellen. Also, wie gesagt, Sie sehen schon hier sehr viele Themen und wir stellen oft fest, dass man hier hinten anfängt und sagt, ich brauche eine Versicherung und dann schenke ich mal 90 Prozent an das Kind oder ans Enkelchen. Nee, ich brauche eine Familiengesellschaft, hat mein Kollege auf dem Golfplatz erzählt. Nee, eine Stiftung ist doch momentan das Gebot der Stunde, um der möglichen Vermögensteuerung, dem Lastenausgleich und dem allgemeinen Enteignungsthema, was in Deutschland ja vielfach diskutiert wird, entgegenzuwirken. Und von daher, unser Ansatz ist zu sagen, links beginnt es bei den persönlichen Prioritäten, bei deren Gewichtung. Abhängig von den Prioritäten und den Gewichtungen kann man überlegen, welche Varianten machen Sinn, weil Sie können mit vielen Varianten Ähnliches erreichen, aber in den Details, besonders in der langfristigen Betrachtung, hat es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen. Was sollen Sie jetzt also tun? Zunächst mal schaffen Sie Klarheit über Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten, also eine Vermögensbilanz. Was habe ich an Vermögen? Was habe ich an Schulden? Wo ist eigentlich das Eigenkapital? Diese Vermögensbilanz kann man auch wunderbar analysieren. Wir stellen oft fest, dass Vermögensbilanzen, Selbstauskunftsdaten, werden erhoben für Dritte. Die Bank bei der Kreditentscheidung, für den Ehepartner bei der Scheidung oder für die Erben. Dann müssen die Erben erstellen, Nachlassverzeichnis. Viel besser wäre es doch, wenn man diese Vermögensbilanz für sich selbst erstellen würde, und zwar regelmäßig und das als Basis für finanzielle Entscheidungen nutzen würde. Also Vermögensbilanz, großes Thema. Und dann natürlich auch überlegen, wenn Sie verheiratet sind, wie sah eigentlich das Vermögen zum Zeitpunkt der Eheschließung aus, weil das ist ja im Endeffekt der relevante Punkt, um zu definieren, Anfangsvermögen, Endvermögen, plus ein bisschen Indexierung. Wie hoch ist eigentlich dieser Zugewinnausgleich? Was würde eigentlich bei einer Scheidung passieren? Welches Vermögen fließt dann ab? Also, es muss nicht immer gleich jemand sterben, sondern auch für das Thema Scheidung, die ja statistisch gesehen bis zu einem gewissen Alter deutlich wahrscheinlicher ist als der Tod, spielt dieser Zugewinnausgleichsanspruch eine erhebliche Rolle. Dann, es geht nicht nur um Vermögen, es geht ja auch um Renteneinkünfte. Da gilt das Gleiche. Welche Renteneinkünfte habe ich per heute erworben? Welche Renteneinkünfte hatte ich erworben zum Zeitpunkt der Eheschließung, weil die sind wichtig für den Versorgungsausgleich. Bisher haben wir nur über Vermögen gesprochen, da gilt der Zugewinnausgleich. Bei den Rentenanwartschaften gilt der Versorgungsausgleich. Dann die Kernfrage, wie sieht eigentlich die gewünschte Lebensplanung aus? Wie lang will ich arbeiten? Welche Vermögen möchte ich übertragen? Kann ich überhaupt übertragen, wenn ich ein Pflegefallrisiko mit berücksichtige? Sind die Kinder so weit, dass sie in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen? Sind die Kinder vielleicht auch so, dass sie sagen, also regelmäßig Geschenke und ein bisschen Geld nehme ich ja gerne, aber mit dem eigentlichen Vermögenswert, der die Quelle dieses Vermögens ist, mit dem will ich nichts zu tun haben. Diese Verantwortung, die möchte ich bitte nicht. Und daraus ergibt sich dann die notwendigen Charakteristika für Vermögenstrukturen, für Einkommen. Und das bildet dann die Basis, um zu überlegen, wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Und was ist nun der Weg, sowohl für die Vermögensstrukturierung, wirtschaftlich, als auch für die zivilrechtlichen Rahmen, durch entsprechende Testamente und Erbverträge, vielleicht auch Verzichtsverträge, das alles so zu strukturieren. Aber auf dieser Basis kann natürlich dann ein versierter Jurist auch entsprechend abwägen, welche Gestaltungen machen Sinn, welche Klauseln sind notwendig, wie sind Schenkungen mit Verträgen auch zu flankieren. Das alles kann man natürlich nicht einmalig planen, sondern man wird in verschiedenen Szenarien denken, Stichwort Szenarioplanung. Das heißt, man sagt, wenn wir jetzt X oder Y tun, dann verändert sich die Vermögensbilanz der abgebenden Generationen so, dann verändert sich die Erbquoten für den überlebenden Ehepartner in diese Richtung. Das heißt, hier gilt es zu simulieren, auf der Vermögensebene, als auch auf der Liquiditätsebene, bevor man umsetzt. Häufig stellen wir fest, es wird erst gehandelt und im Nachhinein geschaut, wie das eigentlich zusammenpasst. Das sollte man vermeiden. Und auch das ein Fall, den es immer mal wieder gibt. Es gibt heutige Vorstellungen, die rechtliche Beratung, rechtlicher Formulierung bedürfen. Das Problem ist aber, dass vielleicht in einer vorherigen Ehe gibt es eben entsprechende Testamente oder Erbverträge mit Bindungswirkung, die das, was man sich heute vorstellt für die Zukunft mit dem neuen Partner gar nicht mehr ermöglichen, weil eben eine Bindungswirkung aufgrund historischer Verträge da ist. Auch das ist ein sehr, sehr großes Thema, was immer mal wieder in der Nachfolgeplanung auftaucht, wo man feststellt, Moment mal kurz, ja, da gibt es noch historische Bindungswirkung und du kannst gar nicht so verfügen, wie du das eigentlich willst. Würde den Rahmen hier an dieser Stelle sprengen, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen das mitgeben. Also auf dieser Basis, Klarstellung dieser Fragen, Abbildung der Konsequenzen, das macht die innere Finanzplanung, für die ich an dieser Stelle auch werben möchte. Es muss nicht immer jemand sterben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das vermitteln, sondern die Finanzplanung bietet natürlich auch den Weg um alle anderen Sachverhalte. Wann kann ich in den Ruhestand gehen? Mit wie viel Geld kann ich in den Ruhestand gehen? Wenn ich meine aktive Erwerbstätigkeit reduziere, wenn ich die Firma verkaufe, wenn ich Vermögen übertrage, das kann man alles eben sehr gut simulieren, eben auch im Real, im Live-Betrieb und das ist natürlich eine tolle Sache, weil man eben kein Silo-Denken hat und nicht nur sagt, ja, ich habe gelesen, wir müssen mal ein Testament machen, weil irgendwie ist die gesetzliche Erbfolge unpassend. Von daher, die Werbung an dieser Stelle ist ganz klar, vernetzte Betrachtung von finanzplanerischen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten. Ja, meine Damen und Herren, ja, kommen Sie bei individuellen Fragestellungen gerne auf uns zu. Ich denke, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Von daher würde ich nun an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden. Darf ich bei Ihnen allen, die uns verlassen, für die Teilnahme bedanken und würde dann nun die Chatfunktion öffnen für die Fragestellungen, die Sie an dieser Stelle gerne stellen können oder wie üblich natürlich auch im Nachgang an den Ansprechpartner bei uns im Haus. Erstmal an dieser Stelle Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben Sie noch einen schönen Tag. Genießen Sie den Sommerabend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.